Welches Geräusch warst du beim ***? Kannst du es nachmachen? Ähm... Das war's. Was? Was hat er gemacht? Was hat er da gerade gemacht? Digga, was hat er da gerade gemacht? Also... So, mach jetzt, komm. Digga, man könnte denken, der ruft so den Frauen hinterher auf der Straße, ne? Raus. Raus. Das war's. Nee, wurde er strammt, ja. Ey. Ja. Wie? Was macht er da? Was macht er da? Was macht er da? Was? Digga, reicht doch, Bruder. Hat doch beim ersten Mal nicht gek... Hilfe! Das zum Puget. Und guckt mal, und das ist das Krankeste, der macht das jetzt nochmal viel lauter und mit viel mehr Energie. Ähm... Was? Was? Bruder, ich sag euch jetzt mal, wo ich mir den vorstehe, okay? Der ist an einem Samstag in der Stadt. Mit so einem Blutkern. Macht die so auf, spuckt die dann immer so asozial raus. Und auf einmal sieht der was und macht... Digga. Und Oludak. Ey. Boah, Junge, 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 Junge. Bis zum nächsten Mal.